Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars, hier die Night City Academy. Wir sind jetzt hier an einer interessanten Stelle, wo wir jetzt entscheiden können, ob wir Josh vergeben und auf der hellen Seite bleiben oder Josh töten und zur dunklen Seite kehren. Ich weiß jetzt nicht, was... Finde ich beide Seiten interessant, aber ich glaube, wir bleiben erstmal auf der hellen Seite und spielen dann später nochmal die dunkle Seite. Deswegen, ich soll jetzt das Lichtschwert deaktivieren. Tut mir leid, Josh, du hast recht. Fast wäre der Hass in mir zu stark geworden. Lass uns hier weg. Danke, Jade. Ihr Jedi seid wirklich jämmerlich. Tavian dachte, dass aus dir ein Verbündeter würde. Doch da du dich uns nun nicht anschließt, muss ich wohl ihren Fehler korrigieren. Bleib stehen, Alora! Du warst schon auf Hoth kein Gegner für mich. Und jetzt bin ich ein Jedi-Ritter. Tavian hat mich auch viele Dinge gelehrt. Schein heiliger Nah. Ah? Rush! Ah! F-12. So. Man, du hast doch keine Chance gegen dich. So, noch Fragen. Rush! Rush! Der sieht so einarmig aus. Ich habe deinen Kampf mit der dunklen Seite gespürt. Du hast dich richtig entschieden. Danke. Aber Rush hat mir die Augen geöffnet, was die richtige Entscheidung war. Sag ihm das, wenn er aufwacht. Voll der einarmige Bandit. Ha! Was für ein Witz. So, reise nach Korriban. Die Begräbnisstätte von Marker Ragnos, um dich vor Tavian zu stellen. Aha. Hier, dann sieht das aus, als ob wir auch schon fast am Ende sind, ne? Dann kommt jetzt die letzte Mission. Und dann spielen wir die... Oh, jetzt habe ich das auch schon hinweg gedrückt. Hast du Rush gefunden? Er ist verletzt, aber Kai kümmert sich jetzt um ihn. Gibt es Neues von Tavian? Noch nicht. Wir suchen noch Ragnos Grab. Meister Skywalkers Gruppe ist in einem anderen Teil des Tals gelandet und sucht es. Ich beeile mich besser. Hass aber auf. Hier wimmelt es von Anhängern der dunklen Seite. Okay. Ja, ist ja irgendwie klar. Finden Sie den Weg in das Tal durch die CIS-Katakomben. So, dann speicher ich mal. Jetzt hätte ich fast die Aufnahme beendet. Kann ich euch auch kennen? Ah, komm her! Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Oh. Ups, bin ich jetzt doch Tentum in der Seite verfallen, weil ich das eingegriffen habe? Ich glaube nicht. So. Ja gut, das war ja nicht unbedingt schwer. Ja gut, das war ja nicht unbedingt schwer. Ach du Kacke. Jetzt habe ich ja beide als Gegner. Ne, das ist auch keine gute Idee. Mal sehen wir mal aufpassen. Das war kein Widerspruch. So. Komm, sterb! Also das war ja nicht gerade das Widerspruch-Problem. Jetzt speichern. Ja, eh, man hat jetzt ein anderes Schwert. Da kann ich nichts machen. Waffe runter! Du warst auf einen Kopf getrunken? Wie komme ich aus diesem Raum? Hä? Wie kommst du aus dem Raum? Ach cool, die haben ja sogar eine Lebensanzeige. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, dass ich nicht... Ich habe das. Das war ja auch nicht. Ich weiß nicht, dass du das noch nicht konntest. Okay, hier geht das noch weiter, alles klar. Achso, da wäre auch eine Treppe gewesen. AUF! Was ist da oben? Hast du ihn bekommen oder was? Da bin ich runtergekommen, hier kann ich nichts machen. Aber da hinten geht es noch weiter. Da ist auch noch irgendwie ein Fahrstuhl oder sowas. Wer sind Sterne? So, speichern. Wo geht es denn hier jetzt hin? AUF! Aha, hier geht es noch weiter hoch. Hä, hier waren wir doch gerade. Hä? Achso! Da bin ich ja der runtergefallen gewesen, ne? Genau. So, irgendwie muss ich das Ding jetzt hier noch... Tja, dann brauche ich mal wieder das Machtgespür... Äh, okay. Äh, okay. Ich muss... Ich muss... Das ist ja kacke, so. Warte mal kurz, bis ich voll bin. So, speichern nochmal. Und dann muss ich bestimmt diese eindrücken. Also das ist so mal meine... Vermutung. Den. Den da oben. Den. Und den. Was was? So. Hier haben wir noch Schilde, okay. Speicher hier nochmal. Ich meine die Tür war zu. Wie kann das sein, dass hier... ... dass hier welche von uns drin sind. So, noch dran. So, dann muss ich da jetzt hoch. Oh Mann! Vielleicht werde ich hier aber verrückt. So, und jetzt muss ich doch mit... Oder muss ich da vorne hin? Könnte natürlich auch sein. Aha. Und tot. Aber muss ich jetzt da hin? Okay. Speichern. So, speichern. Bitte geben sie auf. Ob das mal wehgetan hat. Also wir müssten dem hier jetzt aber langsam mal näher kommen. Hier ist nichts weiter, aber hier können wir doch garantiert runter. Okay. Zugabe ein Freund von mir gekillt. Haha. Out. Out. So. Speichern. Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Hat er gerade gesagt, bitte geben sie auf? Ja, ich dachte der war tot. Du bist doch mein Freund. Ich glaube wir kommen dem langsam näher hier. Auf. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt wollen wir mal speichern. Hopps. Wollen wir da oben mal rauf. Hier ist aber nicht jemand mehr. Hier ist noch jemand. Ja, also steig doch mal auf hier. Was hast du denn? Steig doch mal auf. Steh doch mal auf, Mann. So. Kein Problem gewesen. Aber wo muss ich jetzt hin? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Da kam ich durch. Hm. Ja, ich denke mal, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wo uns der Weg nach hinten führt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß noch. Ich hoffe ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.